Titanen, Zyklopen, Rübezahl, Goliath, all diese Charaktere vergegenwärtigen erfundene mythologische Vorstellungen. Aber was ist mit der eigentlichen tatsächlichen Geschichte der Erde? Viele Menschen nehmen an, diese sogenannten Riesenerzählungen haben keine faktische Grundlage. Aber ist das wahr? Von der Bibel zur griechischen Mythologie, Legenden der amerikanischen Ureinwohner, zu Tagebüchern der spanischen Eroberer, Kinderreimen, zu Zeitungen von Josephus und Homer, zu modernen historischen Aufzeichnungen und archäologischen Funden, Belege von riesigen menschlichen Lebewesen auf der Erde gibt es reichlich. Das Buch Genesis, Kapitel 6, Vers 4 sagt in der Bibel, Zitat, In jenen Tagen gab es auf der Erde die Riesen, und auch später noch, nachdem sich die Gottessöhne mit den Menschentöchtern eingelassen und diese ihnen Kinder geboren hatten. Das sind die Helden der Vorzeit, die berühmten Männer, Zitat Ende. Bei Kapitel 13, Vers 25 sind die Nephilim-Riesen beschrieben, wie sie Menschen in ihrer Gegenwart wie Grashüpfer erscheinen lassen. Das fünfte Buch Mose, Kapitel 3, Vers 11-13 besagt, dass Ok, König von Bashan, ein eisernes Bett von 4,20 m Länge und 1,80 m Breite hatte, und dass alles von Bashan, Gilead und Argob, das Land der Riesen genannt wurde. Das erste Buch Samuel, Kapitel 17, Vers 4, erinnert an Goliath von Gad, der über 2,70 m groß war. Das zweite Buch Samuel, Kapitel 21, Vers 20, beschreibt Gad, eine Stadt der Philister, auch bekannt als die Stadt der Riesen, wo riesige Menschen mit jeweils sechs Fingern und Zehen an jeder Gliedmasse lebten. Das erste Buch Chronik, Kapitel 20, Vers 5-7, beschreibt einen Krieg mit den Philistern, bei dem El-Hanan, der Sohn von Jair, Lami erschlug, den Bruder von Goliath. Zitat, welcher hatte eine Spießstange wie ein Weberbaum, abermals ward ein Streit zu Gatt. Da war ein großer Mann, der hatte je sechs Finger und Zehen, die machen zusammen 24, und er war auch von den Riesen geboren. Zitat Ende. Nun, Erich von Däniken, aus Erinnerungen an die Zukunft. Riesen tauchen in allen Teilen der Welt auf, in der Mythologie des Ostens wie des Westens, in den Sagen von Tiahuanaco und den Epen der Eskimos. Riesen geistern in den Seiten von fast allen antiken Büchern. Also muss es sie gegeben haben. Welche Art von Geschöpfen waren sie? Waren sie unsere Vorfahren, welche die riesigen Gebäude bauten und die Monolithen mühelos mit der Hand bearbeiteten? Eine Sache ist sicher. Die Bibel spricht von Riesen und beschreibt sie als Söhne von Gott. Und diese Söhne von Gott paaren sich mit den Menschentöchtern und vermehren sich. Zitat Ende. Die Ahiman, die Amoriten, Anabs von Joshuas Legionen vernichtete Riesen, die Anakim, die Argops, 60 Städte der Riesen, der Riesenkönig Arioch, Stadt der Riesen Ashtod, die Avim, Bashans Riesen, König Birscha, Elhanan, die Emim, die Geborim, die Gebeoniten, Goliath, Ischbibenob, Jerichus Riesen, Lami, der Riesenkönig von Bashan-Og, die Periziten, Rafa, der Rephaim, Shaschai, der Riesenkönig der Amoriten Sihon, Sippei, Sodom- und Gomorras Riesen, Talmai und die Zamzumin sind alle verschiedene Rassen, Orte und Charaktere, die mit biblischen Riesen verbunden sind. Viele von ihnen wurden auch außerhalb der Bibel nachgewiesen. Zum Beispiel gibt es die Stadt von Anabs Riesen noch heute, 20 Kilometer südwestlich von Hebron. Die Ächtungstexte des 12. Königshauses Ägyptens, 1900 v. Chr., nun vom Berliner Museum ausgestellt, erwähnt die Anakim-Riesen und Ashtod, die Stadt der Riesen, mit Namen. Einer der unglaublichsten Berichte von vorzeitlichen Giganten war der des hellenischen Geografen Oemachus, der von zwei einzelnen, elf Meter großen menschlichen Skeletten erzählte, welche angeblich von Katagern um 300 v. Chr. freigelegt wurden. Der Historiker Josephus, 37-95 n. Chr., der in Hebron lebte, die Gegend der biblischen Riesen, schrieb, dass er bei mehreren Gelegenheiten menschliche Knochen von enormer Größe ausgrub. Er schrieb auch von der Begegnung von Judas Volk mit den Riesen von Hebron. Zitat Dort waren bis dahin ein Volk von Riesen übrig, welches Körper so groß und Antlitze so gänzlich verschieden derer anderer Menschen, dass sie überraschend anzuschauen waren und schrecklich zu hören. Die Knochen von jenen Menschen sind bis zum heutigen Tage zu besichtigen, anders als jegliche Verbindung zu anderen Menschen. Zitat Ende Josephus schrieb auch über Eleazar, einen über drei Meter großen jüdischen Riesen, der als Geisel vom König von Persien nach Rom gesandt wurde, um den Frieden zu sichern. Der römische Herrscher Aulus Vitellius erwähnte ebenfalls diese Schrift. Zitat Darius, Sohn von Artabanus, wurde als eine Geisel nach Rom gesandt. Er nahm mit sich, mit verschiedenen Gaben, einen Mann sieben Ellen hoch, einen Juden namens Eleazar, der ein Riese genannt wurde aufgrund seiner Größe. Zitat Ende Der römische Schreiber Plinius der Ältere schrieb, dass während der Herrschaft von Claudius, 41 bis 54 nach Christus, ein 2,90 Meter großer Riese namens Gabaras von Arabien nach Rom gebracht wurde und an die Spitze von Audiotrix Legionen gestellt wurde. Die Gegend, die heute Bacca genannt wird, nachher des Tales von Hinnom, war lange Zeit als das Tal der Refaim oder das Tal der Riesen bekannt. Die Ras-Shamra-Schriften, die 1928 in Syrien entdeckt wurden, sind historische Dokumente, welche die Wirtschaft, Geschichte und Religion von Ras-Shamra, dem antiken Ugarit, wie auch den Riesen Refaim, welcher damals in der Gegend lebte, erwähnen. 135 nach Christus, kurz nach dem Bar-Kochba-Krieg, beschreibt Bubas Tanhuma, Roms Herrscher Hadrians Begegnung mit Rabbi Yonanan ben Sakai, in welcher ihm die Skelette von gefallenen biblischen Amoriten gezeigt wurden, 18 Ellen oder 9 Meter groß. Laut Jacques de Bouragin war der christliche Märtyrer, der heilige Christophorus, Zitat, von gigantischer Statur, hatte einen schrecklichen Gesichtsausdruck und war zwölf Ellen groß, Zitat Ende, wobei eine französische Elle etwas länger als ein moderner Fuß ist. In dem alten Buch »Geschichten und Altertümer« von Allerdale gibt es einen Bericht über einen von Hugh Hodgson von Phornaway gefundenen Riesen in Cumberland, England, während des Mittelalters. Der Bericht besagt, dass, Zitat, »der erwähnte Riese war 3,50 Meter tief im Erdreich vergraben, welches nun ein Kornfeld ist. Er war vier Meter lang und in vollständiger Rüstung. Sein Schwert und Streitaxt lagen neben ihm. Seine Zähne waren 15 Zentimeter lang und fünf Zentimeter breit.« Zitat Ende. Der indianische Kokopa-Stamm hat eine mündliche Überlieferung, die Riesen der Vergangenheit beschreibt, welche in der Lage waren, Baumstämme zu tragen, die so schwer waren, dass sechs Männer sie nicht mal bewegen konnten. Wenn man bedenkt, dass Menschen das Zweifache ihres Körpergewichts tragen können und der durchschnittliche Mann 75 Kilogramm wiegt, dann bedeutet das, dass die Baumstämme über 900 Kilogramm gewogen haben mussten. In H.T. Wilkins' Buch »Rätsel des antiken Südamerikas« gibt er die alten peruanischen Erzählungen einer Zeit ihrer Vergangenheit wieder, als ein Volk von Riesen auf Schiffen vom Pazifischen Ozean kamen und das Flachland Perus eroberte, was die Inkas zwang, sich hoch in ihre Stützpunkte in den Anden zurückzuziehen. Die Inkas sagten, dass manche der Riesen so groß waren, dass vom Knie abwärts sie so groß waren wie ein großer Mann. Die Legenden der Inkas gleichen sich also mit den biblischen Erzählungen von Sodom und Gomorra, in dem, Zitat, »Diese Riesen brachten keine Frauen mit ihnen und weil sie zu groß für die Inka-Frauen waren, wurden sie homosexuell und eines Tages, als sie mit ihren Praktiken öffentlich den Marktplatz beschmutzten, regnete ein himmlisches Feuer auf sie herab und verschlang sie.« Zitat Ende. Nun ein Zitat von Gary Nelson, »Menschliche Riesen«. »In Nevada aufgewachsen«, hörte ich Geschichten über die Sittica von den Pajuta-Indianern, die in der Gegend lebten. Sie erzählten von rothaarigen, hellhäutigen, vier Meter großen Männern und Frauen, die ursprünglich in dem Gebiet lebten, als die Pajute erstmals ankamen. Nachweislich mochten diese menschlichen Riesen Indianerfleisch, also hatten sie Probleme, Freunde zu finden. Die indianischen Stämme der Gegend schlossen sich schließlich zusammen und lauerten den Riesen auf, wobei sie die meisten von ihnen auf der Stelle töteten. Die verbliebenen Riesen nahmen Zuflucht in einer Höhle. Die Indianer verlangten, dass sie herauskommen und kämpfen, aber die Riesen lehnten ab. So häuften die Indianer in der Höhle gestrüpp auf und setzten es in Brand. Jeder Riese, der hinausrannte, wurde mit Pfeilen erschossen und die ausharrenden Riesen erstickten. Zitat Ende. Viele frühe Forschungsreisende wie Vespucci, Drake, Coronada, De Soto und Navaes erwähnen Begegnungen mit riesigen menschlichen Wesen bei ihren Überfahrten. Die ersten Europäer, die entlang der patagonischen Küste segelten, waren Anno 1520, Ferdinand Magellan und seine Mannschaft. Ihr erstes Treffen mit den Tehuelchis wurde von Antonio Pigafetta aufgezeichnet. Zitat Eines Tages, als es niemand erwartete, sahen wir einen vollkommen nackten Riesen am Strand. Er tanzte, sprang und sang, warf Sand und Staub über seinen Kopf. Er war wirklich gut gebaut. Der Kapitän nannte diesen Menschenschlag Patagoni. Sie haben keine Häuser, aber Hütten, wie die Ägypter. Sie leben von rohem Fleisch und essen eine Art Süßwurzel, die sie Kapak nennen. Die zwei Riesen, welche wir an Bord hatten, aßen sich durch einen großen Korb Kekse und aßen Ratten, ohne sie vorher zu häuten. Sie tranken einen halben Eimer Wasser auf einmal. Zitat Ende Als Hernando de Soto das Gebiet der Appalache und Tallahasse erreichte, zeichnete er ein Treffen mit dem riesigen Indianer-Häuptling auf, den er als einen Mann von monströsen Ausmaßen beschrieb. Am anderen Ende des Kontinents, nahe des heutigen Kalifornien und Arizona, führte zur selben Zeit wie de Soto Francisco Coronado, eine Gruppe, um die legendären, schönen sieben Städte von Kibola zu erforschen und traf auf einige Stämme von Riesen. Pedro de Castaneda, einer der Leiter von Coronados Mannschaft, schrieb später eine ganze Geschichte von der Expedition, wobei ihre Treffen mit riesigen Indianern erwähnt wurden. In einer dieser Passagen schrieb er von der Begegnung mit dem Stamm der Seri. Zitat Don Rodrigo Maldonado, der der Leiter derjenigen war, die sich auf die Suche nach den Schiffen machten, fand sie nicht, brachten aber einen Indianer mit sich, welcher so groß und kräftig war, dass ihm der beste Mann in der Armee nur bis zur Brust reichte. Es wurde gesagt, dass andere Indianer an der Küste sogar noch größer waren. Zitat Ende. Um 1542, innerhalb Monate von den Expeditionen Desotos und Coronados zog der fünfjährige Frei Diego Duran mit seiner christlichen Missionarsfamilie nach Zentral-Mexiko und verbrachte die meiste Zeit seines Lebens dort. Er zeichnete auf, dass er während seiner Reisen einige Male mit riesigen Indianern in Kontakt kam. Zitat Es kann nicht bestritten werden, dass es in diesem Land Riesen gab. Ich kann dies als ein Augenzeuge bestätigen, denn ich habe Menschen von monströser Gestalt hier getroffen. Ich glaube, dass es viele in Mexiko gibt, die sich an einen riesigen Indianer erinnern werden, der bei einer Prozession auf einem Festessen zu frohen Leichnamen erschien. Er erschien in gelber Seide gekleidet und einer Helebarde auf seiner Schulter und einem Helm auf seinem Kopf. Und er war ganze 90 Zentimeter größer als alle anderen. Zitat Ende In seinem Buch Geschichten der Indies erzählt Josef de Acosta von einer Begebenheit ähnlich der Durans. Zitat Als ich im Jahre unseres Herrn 1586 in Mexiko war, fanden sie einen dieser Riesen begraben auf einem unserer Höfe, den wir Jesus del Monte nannten, von welchem sie uns einen Zahn zeigten, den sie mitbrachten, der ohne Vergrößerung so groß wie die Faust eines Mannes war und entsprechend war der Rest verhältnismäßig, was ich sah und bewunderte an seiner entstellten Größe. Zitat Ende Um die halbe Erde derweil im Jahre 1575, als die Tataren Polen eroberten, besiegte Jakobus Niezabilovius einen Soldaten von riesiger Größe, der in ihren Reihen kämpfte. Nach der Schlacht zeichnete die polnische Armee auf, Zitat Sein Körper war so gewaltig an Masse, dass seine Leiche bis zum Bauchnabel eines jeden gewöhnlichen Mannes, der neben ihr stand, reichte. Zitat Ende Durch die Geschichte und überall auf der Welt wurden hunderte Skelette von Riesen entdeckt, ausgegraben, aufgezeichnet und seit neuestem fotografiert und für die Nachwelt festgehalten. Wegen der Unterdrückung und Zensur durch die Forschungs- und Bildungseinrichtungen sind jedoch diese unglaublichen Entdeckungen den meisten Menschen gänzlich unbekannt. Zitat Matt Tufor Wölfe im Schafspelz Denkt mal darüber nach. Da haben laut der Bibel überall auf der Welt Nephilim gelebt, aber trotz dieser Tatsache waren Forschungs- und Bildungseinrichtungen, National Geographic, der Discovery Channel und irgendeine von den offiziell ausgesandten archäologischen Expeditionsgruppen und noch viele mehr nicht in der Lage, auch nur ein einziges einzelnes Knochenstück, fossil oder Artefakt auszuwerfen, das die Nephilim beweisen würde. Hat die von den Machthabern kontrollierte akademische Gesellschaft etwas vertuscht? Hier sind denn eine Anzahl von diesen Berichten über Entdeckungen von den Hinterlassenschaften von menschlichen oder menschenähnlichen Riesen. Man sollte im Hinterkopf behalten, dass zahlreiche dieser Funde den Regierungsbehörden, besonders der Forschungs- und Bildungseinrichtung Smithonian, von gewissenhaften und gutmeinenden Bürgern übergeben wurde, mit dem Ergebnis, dass diese Artefakte dann für immer verschwanden. Zitat Ende 1456 wurde in Valence, Frankreich, in der Nähe eines Flusses ein 6,90 Meter großes menschliches Skelett gemeldet und geborgen. 1577 wurde im Schweizer Kanton Luzern ein Riesenskelett von 5,90 Meter unter einer umgekippten Eiche gefunden. 1613 wurde nahe des Schlosses von Chaumont in Frankreich das Skelett eines Riesen gefunden und aufgezeichnet, dass es 7,50 Meter groß sei. 1829 berichteten die Burlington News, dass Arbeiter beim Ausheben eines Erdwalls, um Baumaterial zur Errichtung eines neuen Hotels in Chesterville, Ohio zu verwenden, ein Riesenskelett fanden. 1833 entdeckten Soldaten beim Graben im Lompoc, Rancho, Kalifornien, ein 3,60 Meter großes Skelett eines männlichen Riesen mit doppelten Zahnreihen und umgeben von riesigen Waffen. Vier Schürfer fanden 1877 in Eureka, Nevada, einige menschliche Bein- und Fußknochen in festem Quazit und brachen sie heraus. Einer der Beinknochen von der Hacke zum Knie war 97 Zentimeter lang, doppelt so lang wie der eines modernen Erwachsenenmannes. 1879 berichtete die Indianapolis News, dass ein 2,90 Meter großes Skelett von einem Hügel nahe Brubasville, Indiana, ausgeschachtet wurde. 1891 entdeckten grabende Arbeiter nahe Crittenden, Arizona, 2,40 Meter unter der Erdoberfläche einen riesigen Steinsarkophag, der die mumifizierte Leiche eines 3,60 Meter großen Riesen mit sechs Fingern und Zehen je Hand und Fuß enthielt. Der Chicago Record berichtete am 24.10. 1895, dass in einem Erdwall nahe Toledo, Ohio, 20 sitzende nach Osten gerichtete Skelette gefunden wurden, mit Kiefern und Zähnen doppelt so groß wie jene heutiger Menschen und neben jeder lagen große Schüsseln mit eigenartig ausgearbeiteten hieroglyphischen Bildern. Im Dezember 1895 wurde von einem Mr. Dyer beim Schürfen nach Eisenerz in der Grafschaft Antrim in Irland ein 3,60 Meter großer versteinerte Riese gefunden. Das Strand-Magazin zeigte ein Bild des Riesen in einem Londoner Eisenbahnwerk. Er wog zwei Tonnen, hatte sechsfingrige, zähige Gliedmaße und wurde in Dublin, Liverpool und Manchester ausgestellt, wissenschaftlich interessierte Menschen wie auch staunende Touristen anziehend. Nach einem die Urheberschaft betreffenden Rechtsstreit verschwand jedoch die Ausstellung für die Öffentlichkeit für immer. 18 riesige menschliche Skelette wurden in Aufschüttungen nahe des Delavan Sees in Wisconsin im Mai 1912 gefunden. Beloit College Professoren und Studenten hoben die Stelle aus und legten Riesen von 2,30 Meter bis 3 Meter Größe mit doppelreihigen Zähnen und 24 Fingern und Zehen frei. Die Washington Post vom 22.06.1925 und die New York Herald Tribune vom 21.06.1925 berichtete davon, dass eine Gruppe von Grubenarbeitern drei bis 3,60 Meter messende Skelette mit 46 bis 51 Zentimeter großen Füßen nahe Sizoquichi, Mexiko fanden. Die Los Angeles Times berichtete am 2.10.1927 Zitat Forscher sichteten in Mexiko große Menschenknochen die auf eine Rasse von gigantischer Größe hindeuten Zitat Ende Die Review Minter vom 19.06.1931 berichtete von zwei Riesenskeletten welche in Lovelock Cave Nevada gefunden wurden. Beide waren in einen gummibehandelten Stoff eingewickelt einer 2,60 Meter groß und der andere knapp unter 3 Meter Ein riesiger Schädel und Kiefer werden noch immer vom Humboldt Museum in Nevada ausgestellt. In den späten 1950er Jahren wurden während Straßenbauarbeiten im Südosten der Türkei viele Gräber freigelegt, die Gebeine von Riesen bis zu einer Größe von 4,80 Meter enthielten. Beinknochen wurden mit 120 Zentimeter gemessen. 2004 fand ein anonymer Mitarbeiter der saudi-arabischen Aramco Erdöl-Industrie bei der Erkundung des Geländes ein 4,50 Meter großes menschliches Skelett und legte es frei. Die Polizei kam schnell und beschlagnahmte alle Kameras, das saudi-arabische Militär riegelte die Städte ab und nichts wurde seither darüber veröffentlicht. Der Techniker schaffte es nur, ein Foto des Riesen zu nehmen und zu verbreiten und er berichtete Richard Paley, dass er seitdem ein Christ geworden ist. Was ich unheilvoll bezeichnend und auch als eine zweideutige Bestätigung der Echtheit dieser Entdeckung fand, ist der Rummel um bearbeitete Fotos der Nephilim Gebeine, die kurz danach im Internet auftauchten. Ein offensichtlicher Versuch, in die Irre zu führen und den Fund unglaubwürdig zu machen. Wenn man nach Riesenskelett googelt, findet man bis heute eine Fülle von diesen falschen manipulierten Fotos von Riesen. In der kurzen Zeit, in der ich für dieses Kapitel recherchierte, schaute ich zufällig in mindestens fünf oder sechs Berichte hinein bezüglich des Smithsonian Institut, dem außerordentliche Artefakte und Beweise von pflichtbewussten Bürgern überlassen wurde, welche dachten, sie geben ihre Funde an die höchste und verlässlichste Behörde weiter, nur um dann später zu begreifen, dass das Tendenz gemacht, erinnert euch an die berühmte Szene im Lagerhaus beim Smithonian am Ende des ersten Indiana Jones Film. Man muss zur Kenntnis nehmen, dass viele Entdeckungen von Riesen von breit gefächerten Leuten gemacht wurden, mit einer Vielzahl von Berufen und Interessen, im Gegensatz zu Dinosaurier Entdeckungen, die stets von hochprofessionellen Beteiligten gemacht werden. Man muss auch zur Kenntnis nehmen, noch nie ein riesiges menschliches Skelett ausgestellt wurde. Obwohl sie im Besitz von ihnen sein müssten, behauptet das Smithonian das Riesen nie existiert haben und nie entdeckt wurden. Nun ein Zitat von David Hatcher Childress aus Archäologische Vertuschungen An jene gerichtet, Vorwürfe von archäologischen Vertuschungen untersuchen, es gibt verstörende Anzeichen, dass das bedeutendste archäologische Institut der USA, das eine unabhängige US-Behörde manche der interessantesten archäologischen Entdeckungen in Nord- und Südamerika aktiv unterdrückt hat. Der Vatikan wurde lange beschuldigt, Artefakte und Antike Bücher in ihren riesigen Kellergewölben zu horten, ohne jemandem von der Außenwelt den Zugang zu ihnen zu gewähren. Leider gibt es überwältigende Beweise, dass etwas sehr ähnliches beim Smithsonian Institut geschieht. Zitat Ende. Ivan T. Sanderson, ein berühmter Zoologe und regelmäßiger Gast in der Johnny Carson Show, erzählte die Geschichte von einem Ingenieur der US-Army, der auf der aleutischen Insel Chemja während des Zweiten Weltkriegs stationiert war und ihm einen faszinierenden Brief schrieb. Der Mann behauptete, beim Planieren einer Landebahn durch Sedimentgestein im Jahre 1944 einen Riesenfriedhof freigelegt zu haben. Er fand Schädel, die 56 bis 61 Zentimeter Maßen von unten bis zum Scheitel, fast das Dreifache der Größe eines typischen erwachsenen menschlichen Schädels. Er vertraute sie dem Smithsonian Institut an und sie wurden nie wieder gesehen. Er schrieb an Sanderson, ist es so, dass diese Leute es nicht ertragen können, die Lehrbücher neu zu schreiben? Als in den 1930ern der Spyro-Erdwall in Oklahoma ausgeschachtet wurde, entdeckte man einen 2,40 Meter großen Riesen in voller Rüstung mit einem Schatz an Perlen und weiteren Juwelen. Das Smithsonian Institut war unmittelbar an dieser und vielen weiteren antiken Erdwellen im Mittleren Westen der USA, welche ausgehoben wurden, beteiligt. Der Archäologe und Forscher David Hatcher Childress berichtete von einem Angestellten vom Smithsonian, der seine Stelle verlor, weil jener Beweise dafür vorlegte, dass das Smithsonian zumindest einmal einen Frachtkahn voller ungewöhnlicher Artefakte auf den Atlantischen Ozean gefahren hat und sie dort versenkte. Zitat David Hatcher Childress archäologische Vertuschungen Die vielleicht unglaublichste Unterdrückung von allen ist die Ausgrabung einer ägyptischen Grabkammer vom Smithsonian selbst in Arizona. Eine längere Geschichte auf der Titelseite der Phoenix Gazette vom 5.4.1909 berichtete detailliert von der Entdeckung und Ausgrabung eines gemeißelten Gewölbes von einer vom Professor S.A. Jordan vom Smithsonian geleiteten Expedition. Das Smithsonian behauptet jedoch, dass es überhaupt keine Ahnung von der Entdeckung oder den Entdeckern habe. Die Gegend um den 94 Creek und Trinity Creek hat Gebiete, die Turm von Sed, Turm von Ra, Horus Tempel, Osiris Tempel und Isis Tempel heißen. Im Haunted Canyon Gebiet gibt es solche Namen wie Cheops Pyramide, den Buddha Kreuzgang, Buddha Tempel, Manu Tempel und Shiva Tempel. Gab es irgendeine Beziehung zwischen diesen Orten und den angeblichen ägyptischen Entdeckungen im Grand Canyon? Wir riefen einen staatlichen Archäologen am Grand Canyon an und uns wurde mitgeteilt, dass die früheren Erforscher bloß ägyptische und hinduistische Namen mochten. Aber es war wirklich so, dass dieses Gebiet aufgrund gefährlicher Höhlen für Wanderer und weitere Besucher gesperrt war. In der Tat ist das ganze Gebiet mit den ägyptischen und hinduistischen Ortsnamen im Grand Canyon eine verbotene Zone. Niemand darf in dieses große Gebiet. Wir können daraus nur schließen, dass dies das Gebiet war, in dem die Gewölbe lokalisiert waren. Ich glaube, dass der aufmerksame Leser bemerken wird, dass wenn nur ein kleiner Teil des Smithsonian-Skandal wahr ist, dann ist unsere angesehenste archäologische Institution aktiv an der Unterdrückung von Beweisen einer fortgeschrittenen amerikanischen Kultur, Beweisen für antike Überfahrten von verschiedenen Kulturen nach Nordamerika, Beweise für ungewöhnliche Riesen und andere sonderbare Artefakte und Beweise, die dazu dienen könnten, das offizielle Dogma der heutigen nordamerikanischen Geschichte zu widerlegen, beteiligt. Zitat Ende. Nun zitierend Gary Nelson aus Menschliche Riesen. Kürzlich machte ich einen Ausflug nach Peru und ratet mal, was direkt vor mir in einigen der Museen, die ich dort besuchte, auftauchte. Richtig, Riesen. In Peru werden sie nicht entsorgt, wie in den USA. Es sollte festgehalten werden, dass es hunderte Entdeckungen von Riesen in den USA gab, die entweder ignoriert wurden oder vom Smithsonian auf Nimmerwiedersehen in Verwahrung genommen wurden. Die Inkas hatten wirklich Könige, die rothaarige und blonde Riesen waren. Im Goldmuseum von Lima kann man immer noch die Kleidung und den Kopf eines Inka-Königs bewundern, der stehend locker drei Meter Maß. Sein getrockneter und mumifizierter Kopf ist wohl doppelt so groß wie meiner und ich bin nicht gerade ein kleiner Mann. Zitat Ende. Die Tatsache, dass wir die Zeit und Länge in Einheiten von 60 Sekunden, 60 Minuten, 24 Stunden, 12 Monaten und 12 Inches gleich Zoll messen, erscheint willkürlich und unpraktisch, wenn wir an Händen und Füßen je fünf Glieder haben. Aber wenn wir an sechs Fingern und Zehen abzählen, machen viele unserer generellen Maßsysteme mehr Sinn. In Thailand sind Statuen von Riesen markant außerhalb der Tempel ausgestellt und in historischen Gemälden an den Wänden verewigt. Das Thai-Wort für Inch, also Zoll, bedeutet eigentlich Finger, von denen es an Riesenhänden zwölf in einem Fuß, also Foot, englische Maßeinheit, gibt. Auch interessant ist, dass die Bibel, die Riesen mit sechs Fingern und Zehen erwähnt, behauptet, dass sie Nachkommen von gefallenen Engeln, also Dämonen, sind, die sich mit Menschenfrauen paaren und dass die Zahl des Satans 666 ist. Nun ein Zitat von Matt Tufor aus Wölfe im Schafspelz. Ist es aus biblischer Perspektive nicht eine einfache Sache, zu sehen, was hier los ist? Bei Luzifer geht es nur um Täuschung und er kann es sich nicht leisten, all diese Bestätigungen der Wahrhaftigkeit der antiken biblischen Geschichten zu haben. Der Schwierigkeitsgrad beim Argumentieren gegen Glaubwürdigkeit der Bibel würde haushoch geschraubt werden, wenn Museen auf der ganzen Welt voll Nephilim-Fossilen und Artefakten sein würden. Wir sollten vom Teufel, dem großen Schwindler, nicht erwarten, dass er uns über irgendwelche Fossilien von menschlichen Riesen aufklärt. Genau wie er es schaffte, die ganzen anderen großen biblischen Entdeckungen der Welt vorzu enthalten, so sollten wir das Gleiche in dieser Sache erwarten. Nein, der Teufel verführte jeden an die Evolution, die große Verblendung zu glauben. Eines der Dinge, von denen ich hoffe, dass es nun allen klar sein sollte, ist, mit welcher Leichtigkeit die Machthaber erfolgreich Tatsachen vor der Allgemeinheit verbergen können. Zitat Ende.